So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Resident Evil. Eine Zeit, äh, uns fliegen die Fiescher schon, oah, das war ganz, die hat mich meine Hand gekotzt. Äh, ja, wir sind hier in der Hürde stehen geblieben, wir haben, keine Ahnung, was haben wir denn, wir haben das letzte Mal ziemlich doll gekurbelt. Ist doch kacke egal, was wir gemacht haben, weiter geht's hier. Man darf doch was informieren, oder? Wir haben, wir haben überlebt. Wenn sie die vorhin gesehen haben, dann wissen sie das. Du hast mich umgekraten. Du hast mich umgekraten. Oh. Die Arme. Spieß in die Granate aus der Hand. Kommst du rein. Hab ich schon gemacht. Er brennt. Ich hör' ihr doch was. Ich hoffe, ich hab noch Steve vor mir. Wieso? Ja, du wirst dann, ja, du wirst bei etwas richtig tolles erleben. Oh nein, ja, rette mich. Nein. Doch, rette mich. Nö. Doch, rette mich. Nein. Rette mich. Natürlich. Oh, Jungs, 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 wartet, 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 wartet. Von mir. Gerade irgendwie nicht. Gehst du? Nein. Ich hab's gesehen. Nein. Doch. Du wolltest mich retten, das ist so lieb von dir. Da liegt Moni. Die hole ich mir. Kommt sie angesprungen. Moni. Brauchen wir das Geld. Soll das jetzt schon wieder heißen? Auf die Lampe. Auf den Kopf. Ha. Den hättest du ausfackeln lassen können. Ach nö. Lass die Leute doch nicht so leiden, Mensch, hier. Das sind keine Leute mehr. Ähm. Ich verspreche. Simmons wird mit all dem nicht davonkommen. Ja ja, ich verspreche dir was. Ich schütze mich. Hinterher kommt glaube ich auch was. Äh. Ja. Filmsequenz. Oh. Ich habe glaube ich hinterher kommt was. Lass, lass, lass. Lass, 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 lass. Lass, lass. Alter, ich hab' gekippt. Du bist mein Zeuge. Wird hier wirklich... Hier wird nicht geknappert, Mann. Stimmt mit dem nicht. Einiges. Lass dich niemals angreifen. Weil du denn tot bist? Nein, die ziehen ziemlich viel ab. Ach, da war er. Nein! Ich will nicht schon wieder angeboten. Wurde es getroffen? Ich bin irgendwie ausgewichen, oder er hat scheiße trotz. Na, du bist halt der Hauptcharakter. Ja, hä? Na, pass auf, wenn wir Chris spielen. Nein, ich bin nicht Chris. Ich will nicht Chris sein. Und wie, das ist dein Charakter. Ja, was mit dem? Au, au. Lass uns nicht weg, was? Was? Ah, ich muss nachladen. Schieß auf ihn! Was? Ach, ne, ne, ne. Sag mir doch, dass du ein Streittyp ist. Oh, das hat weh. Wer war denn das? Nein, 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 nein! Ähm. Haha. War bald. Wir müssen unbedingt die Munition sparen. Ja, dann lass uns, äh, durchrennen. Jetzt haben wir eine Arschkarte. Ach, komm. Hast mein Gesicht gesehen? Ja, total verzehrt. Haha. Ah, Leon hat Spaß. Oh. Ha. Das ist ausgeschrieben. Was? Wo schreit denn der noch? Ich schreit immer zum Schluss. Das ist doch schlimm. Leute, ich will für euch nicht die Mun... Na, komm. Nein. Munition verschwinden. Oh, da liegt Muni bei dir. Aua. Lass mich vorbei. Okay, zurück geht's nicht mehr. Oh. Ach, ach, ach. War das nicht mal dein Part? Nee, ich weiß gar nicht. Danke. Ich hänge es wieder gerne. Da geht es tief runter. Oh, sehr männlicher Sprung. Yay, sprung. Fang mich auf. Oh, oh. Ähm. Oh, oh. Der macht gleich Boom, ne? Ja. Hinter uns. Kommen die jetzt die ganze Zeit? Ich hoffe mal nicht. Hab ich hier irgendwas? Ich habe, ähm, Fernsehen da. Für Diggi? Ja. Aber da kommen schon wieder ein paar. Gut, du nimmst den. Nein, 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 nein! Was war'n, dass? Hast du mein Pferdekick gesehen? Dein Pferdekick? Ja, das war ein Pferdekick. Mein Schuss hat ihn beseitigt. Ja, aber irgendwie… Wollte ich nebenbei noch irgendwas machen und… Ich hab' keine Ahnung. So, warte. Kannst losgehen? Ja. Da passt auf das Luft in die Luft. Geh's? Jetzt nicht. Nein, das ist ungünstig. Du hast genug zu fressen. Das war ungünstig. Rüberspringen, rüberspringen, rüberspringen. Ich bin jetzt auf die andere Seite gegangen. Ja, ich hab Fetty umgehauen. Ich bin stolz auf dich. Hauen wir ab hier. Ganz schnell. Oh, wo kommen die denn alle her? Von rechts, von links, von oben, von unten. Alles klar, okay. Gut zu wissen. Oh, das war knapp. Die Rotze kannst du bei dir drin lassen, Kollege. Ich hab nur noch 95 Pistole. Das ist ja tragisch. Ja, da muss ich anderweitig. Und Feuer nehmen, natürlich. Mann, ey. Ups. Der ist explodiert. Den hast du dir ordentlich gegeben. Ich hab denen was gegeben. Du hast es denen ordentlich gegeben. Oh ja. Total. Irgendwas. Da ist er. Was machst du da? Keine Ahnung, die Rolle hast du selber gemacht. Gib mir ein X oder ein A. Warum bist du da ran gesprungen? Ich wollte nur schnellen Schuss machen. Und die... ... freut sich daran. Gotti. Jawoll. Master Kay. Naja. Bring jetzt da nicht ran. Er hat wieder eine Granate. Das war voll ungünstig. Oh. Fett, fett, fett. Er kommt. Alter, Falter. Gib mir das mit. Aktiviert. Tot? Nein. Jetzt noch. Jawoll. Wenigstens etwas. Kannst du dich heilen? Nein. Du hast mich gleich mit geheilt. Ah, ja toll. Jetzt hab ich gar nichts mehr zum Heilen. Ich war aber auch nicht so beschädigt. Was? So? Warst du nicht so beschädigt? Nein. Ich hätte gerne einen grünen Grau. Fack ich! Nein, ich will dich nicht fangen. Paarsprung, David. Wieso ist das selten grünes Graus? Du weißt, was jetzt ansteht, ne? Mhm. Rette mich. Leon! Oh, ja. Leon. Rette mich. Viel Spaß. Es geht beim Bestes. Kappel! Na! Na, tu ich! Tu ich! Tu ich! Leon! Ich brauche Hilfe! Was denkst du, was ich hier mache, Schatzi? Ach! Warum kann ich nichts? Sie rufen einfach von alleine runter. Lade nach. Stop. Äh, okay, bei mir kommt noch nichts. Der ist schon mal, ähm, Spuck, Spuck, äh, Schrei, Schrei hab ich. Gut. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nein, daneben. Die machen immer Probleme. Äh. Ist er? Nein. Gut. Sieht gut. Ich glaube, bei mir kommt jetzt gerade Nichts. Jetzt kommt etwas bei mir! Ich bin kurz abgelankt, ja? Juhh! Ach nö, nicht so einer! Juhh! He! Oh nein, ich brauch'n X. Was? Ich bin tot. Kannst du... Ich sterbe jetzt so. Ah, tolle Wurz. Ich glaub, was, wenn du... Gut. Was? Wenn du nicht angegriffen wirst so lange, dann verschaffst du's ja noch. Äh, ich... Hast du erste Hilfe? Hast du Spree? Ich hab' gar nichts. Gut, der ist tot. Wo bist du? Ich probel. Ich probel jetzt so. Ich hab' hier kommt nichts bei mir. Hinter dir. Komm schon. Ich will nicht sterben. Komm schon, Dion. Jawoll. Wie viel hast du denn noch? Warte. Nein, das war falsch. Nee, warte mal. So, das war mein letztes Spree. Oh. Wie viel ein Leben ich hatte? Ja. Das war alles rot. Ich hatte gar nichts mehr. Wo lag'n du jetzt? Hihi! Jetzt hat er Bomben dran. Oha. Ja, wir haben's aber geschafft, irgendwie. Hier. Und ich seh' da überall Geld. Leon! Liegen. Das ist ein bisschen traurig. Ich weiß. Ich trinke mal was, solange du ihn schiebst, ne? Ich schiebe gar nicht. Ähm. Ähm. Da hinten. Ja. Ist ein blaues Dings. Wenn du da hingehst, wo ich... Wo gehst du denn jetzt lang? So eine blaue, blaue Scheibe. Wohin gehe? Warte. Ich bin gerade kurz... ...beschäftigt. Er war irgendwo... Moment. Wenn du von hier ausschießt, äh... Ich glaub' da in die Richtung. Siehst du das? Ah, ja. Ah, echt. Jawoll. Da kommt schon wieder was. Jetzt hat sie dich schon wieder gemacht, diese dumme Drehung. Warte. Ey, das war ein Kopfschuss. Wen schießt du denn hier in den Kopf? Da stand einer. Warum müssen wir überhaupt lang? Äh, da wo wir was runtergeschoben haben. Hier. Ah, du weißt... Sieht doch alles gleich aus. Ich glaub' das müssen wir rennen. Jetzt müssen wir rennen. Ja, das werden wir... ...verpacken. Glaub ich. Oder? Sind wir hier richtig? Mhm. Doch, doch sind wir. Wieso? Ich hab aufgefasst, dass ich mittig laufe. Ey. Jetzt muss ich dir permanent helfen, sonst war ich da Spezi. Ja. Ja. Ich dachte nur. Was, warum? Du Spezi. Pass auf, hinter dir, hinter dir, hinter dir! Was soll ich denn machen? Ich kann das nicht abbrechen. Es liebt dich. Es liebt dich. Ich liebs auch. Beide. Es liebt dich. Ja, da müssen wir hin. Ich glaub, ab hier geht's jetzt los. Mhm. Ich hab Freude in meinem Herzen. Okay, muss jetzt. Nein. Na toll. Dreh, was das Zeug hat. Dreh. Ich hör's. Oh, scheißlaut. Hast du abbrechen? Äh, ja. Der hat ne Bombe. Ja! Nein! Was machst du? Ida, weg! Ich bin weggeraten. Ich bin weggeraten. Was ist denn? Was ist denn? Bist du jetzt normal? Ich bin normal. Ich bin normal. Nimm die Beine in die Hand! Huuu! Ausdruck! Schnell, Leon! Es bricht alles zusammen! Wie will ich doch? Häh! Hallo, ihr Schnuckis! An einer Stelle wär das eh verkackt. Na ein Glück? Nein! Ich komm gar nicht mehr klar! Ah! Ja! Nein! Wart auf mich! Ich bin umgefallen! Oh, sehr schön! Nun schieb da mal rein! Ich bin umgefallen! Oh, sehr schön! Nun schieb da mal rein! Springen! Immer! Ich! Ja! Ja! Na, super! Wo kommt denn bitte eigentlich Wasser her? Ja! Voll! Was zum... Die Kurspielung! Erstmal schön runterspülen! Na aber... Oh, oh! Du weißt, was jetzt noch kommt, ne? Oh Gott! Was tun wir jetzt? Rutschen! Keine Ahnung! Was kommt? Ich drück X! Ich auch! Wie soll ich gleich tot bin! Ach ne, geht ja gar nicht! Ach ne, geht ja gar nicht! Das ist ja künstlich ganz! Ja! Mein Hintern tut weh! Au! Ach! Mein Wunsch geht in Erfüllung! Nein! Das mit dem Tauchen! Das ist totaler Scheiß! Da oben ist was zum Saufen! Zum Atmen! Folge mir! Ja! Ich... Weißt du noch das letzte Mal? Was war denn letztes Mal? Ich bin mit dem Schwimmen nicht klargekommen! Guck mal, wer da ist! Hallo! Hi! Na? Bist du öfters hier? Ja, irgendwie. Zurzeit ja. Komm, wir sehen uns! Erstmal die Füße ins Gesicht bekommen! Alter! Ach! Es geht schon wieder los hier! Nein, du darfst nicht! Ich drücke immer B, dann weißt du, wo ich bin! Meinst du, ich dreh mich denn auch in die Richtung? Das stimmt total komisch! Ich bin Leo und ich schwimm immer komisch! Äh, du zuckelst vor mir rum! Ich? Mach ich? Ja! Internet! 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 Nicht, dass ich jetzt rausfliege! Wag's dir! Gut! Nein! Komm! Wir müssen irgendwie da hin! Irgendwie! Ich will ja nicht! Ich hab auch keine Lust! Ach nee! Da schwimmt einer! Ja! Geh ran da! Hä? Okay! Da ist mal einer geschwungen! Jetzt nicht mehr! Tschüss! Mach da rein! Was, kann man hier nach oben? Ich glaub nicht! Komm schon! Wir stehen! Ich will doch nun noch mal Luft holen, bevor es hier actiongeladen weitergeht! Ja! Hast du Probleme, Schatz? Nein! Du? Du leuchtest bei mir hinten! Nee! Du leuchtest! Hä? Iiiii! Hallo! Guck mal, was über uns ist! Das ist total eklig! Mh! Mh! Die Luft ist ja auch bestimmt total angenommen! Äh! Der Wunsch geht doch ab! Tut mir leid! Ich wollte ein anderes mehr flirten! Ich schwimme! Du bist bei mir immer rot! Als ob du Hilfe brauchst! Na ja! Sauerstoffmangel! Echt? Du hast doch gerade Sauerstoff gehabt! Ja! Na ja! Aber jetzt gerade nicht! Nein! Jetzt brauche ich deine Hilfe! Rette mich! Mach ich doch! Ich habe keinen geschlagen! Warum bin ich immer derjenige? Welcher, der als erstes hier schwimmt? Ja! Das ist immer schon so gewesen! Ja, oder? Dann musst du durch! Du weichtermann bist! Ja, natürlich! Keine Ahnung! Das weißt du doch immer! Nein! Eigentlich nicht! Ich schwimme eigentlich nicht immer nur! Aber du findest immer wieder deinen Weg! Und ich folge dir! Du bleibst! Echt? Ja! Hahaha! Hier geht's nicht lang! Kann das sein, dass die Strömung hier zu stark ist? Weiß ich nicht! Drehst du jetzt gerade um? Da oben! Ja! Wir sind doch jetzt da oben! Ey du, du, du Held! Los! Schnell! Schnell mal! Hahaha! Gibt's jetzt ein gepflegtes... Bäh! Äh, Helena! Komm! Kann doch so! Kannst du nicht brüllen, wa? Ne, leider nicht! Deswegen muss ich das ja übernehmen! Total tragisch! Ja! Ja! Hahaha! Da geb ich dir recht! Ah, ich weiß gar nicht mehr, was wir jetzt drücken müssen! Ah, weh! Ah! Tschüss! Gott sei Dank! Du hast ja gegen den Charakter genommen! Hm! Was muss ich denn jetzt machen? Keine Ahnung! Oh, was ist denn der Speer? Ah! Ich muss... Ah! Ich häng da in so einem Maul fest! Ich weiß nicht, was ich machen soll! Keine Ahnung! Du musst krabbeln und dir den Speer holen! Was stimmt mit dir nicht? Ich hänge im Maul! Ah! 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 Wieso muss ich denn hier krabbeln, Mann? Was ist das mit dem Piech? Ja! Ich hab's gedacht! Oh! Oh! Ich hab' ihn gepiepst! Ah! 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 Ich glaub' das war ein A-Knopf, den du drücken musstest, ne? Ich krabbeln, ey! Ich komme! Wo häng' ich denn ab? Ich häng' gar nicht mehr, oder was? Ist das der weiße Hai? Oder was ist das? Was?! Jetzt muss ich kubbeln! Na ja, da guck' ich! Wo bist du denn? Keine Ahnung, wo ich bin! Ich mach' mal Pause! Das ist einfach den, äh, Spaß! Was für Füsten? Ich hab' was gesagt! Oh, ich hab' den Körper! Oh nein! Jetzt doch nicht! Jetzt doch nicht! Vorsicht! Das Ding ist noch hier! Ach echt? Danke! Danke für die Lose! Nein, das ist doch kein Platz zum Hochklettern! Nein, das ist doch kein Platz zum Hochklettern! Ja, ich bin mal ganz schmeidig! Ich bin mal ganz schmeidig! Ich schau' mir einfach mal den nassen Lyon an! So feucht, wa? Ja, ja, ja! Wie schieß' ich denn das Vieh ab? Ähm... Hab ich denn mal's... Mit Munition? Aha! Wo muss ich denn lang? Ach, da hinten wahrscheinlich! Lass das mal meine Sorge sein! Ey, hier ist so'n... So'n Dingens... Zum... Kurbeln? Zum Dingens... Ne? Zum Erschießen! So'n blaues Teil! Ja, ja! Ja, ja! Das hast du sonst nie eingesammelt! Denk daran! Was hab ich nicht eingesammelt? So'n blaues Teil zum Erschießen! Aber ich weiß nicht, ob du da hinkommst! Ich dachte, du sagst ne Kurbel! Äh... Ich glaub, ich ersauf hier gleich! Wieso? Darf ich schwimmen? Nein! Wo muss ich denn kurbeln? Warum kurbeln? Du musst nicht kurbeln! Doch! Ich muss erst mal um die Ecke schwimmen! Achso, bin ich jetzt so weit gelatscht? Ja! Dann sag mir das doch! Ich dachte, das verstehst du! Da kommt sie wieder zurückgedackelt! Äh... Du Affenszahn, Mensch! So, danke! Ich... Ich schwimm mal! Es sieht so kläglich aus bei Leon! Siehste, jetzt... Fass ich um die Ecke! Nee! Jetzt passiert ja noch gar nichts! Achso, ja, stimmt! Oh, du Held, ey! Ich war um der Ecke! Wie soll ich das bitte wissen? Ich dachte, du... Weißt alles, Mann! Ey, glaub ich spinne! Ich muss niesen! Lass es raus! Hab schon! Toll! Ahaha... Du Du Ich weisch dir auf! Ich weisch nur auf! Woran bin ich, ein Hefekloß? Mh... Achso. Können Sie mir mit dem Gitter helfen? Klar kann ich. Ich versuch's! Moment! Du klingst immer so, als ob du eine Verstopfung hättest oder so leidend. Oh, ich wusste doch schon längst, was ich machen muss hier. Ich schwimme hier meine Kreise und finde bald noch Nemo. Und was ist mit dir, Dori? Ich bin Arielle. Oh mein Gott, ich mach jetzt das Tor auf. Warte mal, was nehm ich denn denn zum Abknall? Ach, das ist nämlich so am Abknallen. Und weiter geht's. Was denn? Ja, ich bin durch, glaub ich. Bist du. Leon, schwimm mal schneller. Ich schwimme. Leon, er kommt! Oh Mist! Ach, Leon fattet so niedlich. Danke. Gerne. Sehr gut. Vielen Dank! Vorwärts! Soll ich schon schwimmen? Nicht jetzt! Ich seh dich nur von weit mit der Hand nicht, Dads. Oder willst du eine andere Position haben? Hab ich. Gut. Achso. Gut, ich schwimme. Schwimm doch! Mach ich! Rot schaffen! Helena! Hilfe! Hilfe! Oh, hast du Angst! Alter, was ist denn das für eine Kameradicht? Leon schwimmt so keklig so. Ah, ich bin ein Baby! Gute Arbeit! Danke für die Hilfe! Ah! Warum? Leon! Er kommt! Nein! Leon kann nicht schwimmen. Wieso kann er nicht schwimmen? Weil es so kläglich aussieht. Guck dir meine Folgen an. Du musst hier hoch, ne? Die Leiter. Vielen Dank! Komm ja schon. Oh, die Hose klebt so sehr, Mann. Das ist so nass. Mhm. Soll ich so trocken pusten? Mach mal bitte. Hier, hier, Feuer an! Feuer! Wieso am Feuer? Trocken pusten? Mit dem Mund? Was? Mit dem Mund. Pusten. Wollen weiter, Schätzchen. Oh! Weißt du, wie lange ich da pusten muss? Wie die trocken ist? Da sitz ich Tage dran. Ohohoho. Guck mal, irgendwo war hier dieses blaue Dingsbums. Oh, Munition. Nein, keine Munition. Und erst mal hinten aufgeschraubt. Oh. Ich glaub, ich seh's, oder? Ist das das? Nein, das liegt hier irgendwo rechts links auf dem Boden. Ich glaube, da sind wir schon mal vorbeigeleicht. Aber du guckst ja nicht. Da ist ja bei mir nicht mehr. Was kann ich dafür, wenn du das schon wieder so schnell vergisst? Naja, das Alter und so. Ach ja. Das ist keine Ausrede. Komm, das ist ja... Das war ja offensichtlich. Das war hier drinnen, Mann. Da bin ich mal gespannt. Komm jetzt. Siehste, bin doch noch ein junger Hüpfer. Richtig? Das hab ich nicht gesehen. Ja. Wer ist hier alt? Das ist von der anderen Seite viel höher. Du bist alt. Alter. Alter, Alter. Alter, machst du grad Munitionsverschwendung? Nein. Alter, Alter. Warte mal. Ach ne, sah so aus. So sah nun sowas. Jep. Oh, warum bin ich so sehr verletzt? Weil du geschwommen bist. Ah, dankeschön. Runter, fang mich! Leon. Ne, ich ruf deinen Namen. Hier lang. So. Dann hab Spaß damit. Leon. Denn wir haben Folgenende. Leon. Jetzt fang ich so die nächste Folge wieder an. Super Idee. Okay, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Jo. Leon. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.